Immersion bedeutet eigentlich grundsätzlich, dass sie das Medium vergessen. Immersion ist dieser Moment, wenn sie eintauchen in etwas, dass sie dann vollständig umgibt und irgendwo dafür sorgt, dass sie mittendrin sind. Uns interessiert, dass viele der Künstler, mit denen wir in diesem Programm arbeiten, eigentlich keine Dinge mehr herstellen, in denen man gegenüberstehen kann, sondern in die man eintritt, wie in dieses Zimmer. Remini-Protokoll hat Menschen gefunden, die nicht mehr lange leben. Diese Zimmer erzählen eigentlich jedes Mal einen Lebenslauf und zeigen eine Lebenswelt. Sensory input. You don't really have a sense of depth. You only see other people moving as shadows that emit light. So there's a kind of weird communication happening between each body and the room. And then you start to move through the other spaces. Occasionally, the room completely becomes white. At times, it becomes very, very dark. Suddenly, the walls seem to emit light. The final space is saturated in a kind of dim color, which is changing very gradually. In many ways, the visitor's experience is the content of the work. There's an incredibly wide range of experiences that people describe, from terror to ecstasy to a kind of meditative state. I see the work as a relation between people and their environments and how those things are merging and interacting with each other. Arrival of time began with an investigation of how time behaves in ways that we cannot experience. In 2016, LIGO, Caltech and MIT detected gravitational waves. My task was basically to find a way to translate this in a sensory way towards a broader public. This is not a scientific exploration, it's an artistic one. Rana Adhikari, he's created a machine that wants people to be about one meter around it, and it will flash whatever lights give it this reward. Rainer Kohlberger, he's exploring the pulse and the shift in frequencies of these black holes orbiting each other. It is the first time that we're exploring the universe through sound. Evelina Domnic and Dimitri Gelfand created a vortex spinning in water, the way that waves propagate in water is very similar to how gravitational waves would behave. The second piece is this choreography where black hole pairs are created in the water and projected onto the ceiling and different expressions of how this might look. The study is a place where you can reflect on the artworks and the topics that they treat. We don't really need to look to technology, we can also look to nature. Peacock Mantis Shrimp sees nine colors that we can't imagine. Ultimately, physics and art are perhaps the two disciplines that most rigorously explore the nature of reality. I am caretaker, an AI application. Lundahl und Seitl, die haben von uns den Auftrag, eine neue Arbeit zu entwickeln, die sie auf dem Tempelhofer Feld zeigen werden und beruht darauf, dass eine Gruppe von Menschen mit Hilfe eines Apps, das sie gerade programmieren, ein Naturphänomen erleben, das man bloß im Auge nicht sehen kann. Aber das bestimmte Auswirkungen auf den Menschen, sensorischen Fähigkeiten, aber auch sein Erleben eines konkreten Orts, an dem er ist und der Gemeinschaft mit anderen Menschen, völlig verändert. Und diese unknown cloud wandert um die Welt. Start of Stand and Examination Sequence. Rezomat, das ist ein Film, der eigentlich einen riesigen Narrative Space abfilmt, der über zwei Etagen eines Hochhauses ging und wo man sich selber seine Geschichte zusammenbaut, indem man durchläuft. Das ist wie ein Computerspiel. Immersion ist ein guter Weg, sich selbst, aber auch diese alten Gehäuse, in denen Kunst stattfindet, anders zu erleben. Und das ist hoffentlich sehr freudvoll und anregend. Scher Public, Entrez in diese Chambre, Bienvenue. J'espère que vous êtes confortablement installés. Die Chambre Die Chambre Untertitelung des ZDF, 2020